Servus, willkommen bei einem kleinen Mini-Let's Play von mir, Smashing. Ja, die Spieler hat es ganz leicht und zwar, zeige ich es euch gleich, gehe ich auf Play. Ja, muss man das so machen, sodass alle diese Steine weggehen. Und jetzt haben wir so einen Schießteil, jetzt können wir schießen. Ja, aber jetzt muss diese, diese Steine weg, geh weg, dann los. Okay, Level 1 geschafft, Passwort für das nächste Level heißt Breakout. Und Level 2. Also falls ihr das Spiel selber spielen wollt, das ist in der Beschreibung, der Link. Ja. Okay, wobei, jetzt kann ich eigentlich laut machen, ne. Scheiße, ich kann die pausieren. Okay, jetzt sind wir erst mal präsentiert. ja wenn es eins ist wenn es so an der kante von unserem zu unserer platte lauft dann wird es schneller hat jemand das passwort noch ich hab's vergessen break out genau das war break out ok dann tippen wir es gleich ein break out und das machen wir jetzt so lange bis wir es durch haben habe ich selber schon mal das spiel das spiel schon seit ich klein war fand ich witzig und damit wir mit diesem teil kriegen dann kriegt man zwei bälle zusätzlich noch jetzt haben wir da ein e steht für ich bin doof ja genau jetzt haben wir l l steht für loser und der bin ich ja das bist du was willst du denn jetzt janker kakimoto keine ahnung aber du bist ein loser ja ich weiß aber das kann doch immer passieren nein wo ich das gespielt habe ist mir das nie passiert ja dann bist du vielleicht ein profi aber halt's maul mir kann man nur so schlecht sein ich verstehe es nicht aber halt die fresse ich rede jetzt auf jeden fall habe ich das habe ich sofort immer so ein ding gehabt was du da hast ne und da habe ich alles fertig weggepäscht ja schön aber ich habe halt nicht so ein teil jetzt momentan nur am schluss passwort ist nicht so lieber als flames ja bist du behindert oder was kannst du nicht lesen ja ich kann lesen siehst du flames jetzt lass mich bitte in ruhe ok sorry dieser janker kakimoto der nervt mich ganz schön auf jeden fall sind jetzt solche metallteile die kann man nicht zerstören das heißt wir müssen hier außen rum denn 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 ja auch mein nur das teil bringt uns nichts weil ja das seht ihr ja ne ich verstehe was da die punkte bringen sollen und das ist ein größeres teil das ist das gegenteil von was wir vorhin hatten das was unser teil unser platz vom kleiner gemacht hat oh mein gott ist spannend nein ok für sich noch mehr ach komm schon komm schon man nein ja passwort höre ist nicht der label jules die juwelen auf deutsch naja das sind juwelen nehm ich an aaaaaaah das sind so unsichtbare metallteile juwelen dick dick ja das gelbe ist achja das ist ein flammenball glaube ich wenn man den erwischt dann dann prallt der ball nein dann prallt der ball nicht mehr ab nein das ist ein heller ball das sieht man eben besser aber jetzt ist genau das gegenteil wieder man sieht den ball jetzt schlechter scheiße wo ist der ich seh den nicht wo ist er hier ja wo ist er ding 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 Oh, was? Ist er jetzt gerade schneller geworden? Oder habe ich mir das eingebildet? Nein. 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 Komm schon, dieses eine Teil. Bitte. Warum fehlt bei mir am Schluss immer nur ein Teil? Fuck. Fuck, verpasst. Okay, nochmal. Nein. Nein. Na, was habt ihr heute noch vor? Ja, also geht doch. Setz. Oh, man. Boku. Boku. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufnehme. Ach ja, ist ein Mini-Projekt von mir. Also, nichts Großes. So. Also, falls du das nicht sehen willst, ich kann es voll und ganz verstehen. Vielleicht soll ich ein paar Out-Tags sind ja was anderes, ne? Ein paar müssen was reden. Okay, da mache ich mal, rede ich mal ein bisschen scheiße, ne? Was? Was? Es passt was oder Z? Z-E-D. Z! Ja, okay. Bum, bum. Ich bin ein Ball. Der Ball, der hat mein Blau-Blau-Rot. Das ist mir echt noch nie passiert. Das ist mir echt noch nie passiert. Ja, genau. Bleib so. Nein! Ah! 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 Ja, jetzt haben wir mehrere Bälle. Räumen schnell hier alles ab. Zack, zack, zack. Die sind am wichtigsten. So. Nein! Nein! So knapp, ey. Einer? Yay! Ob, ob. Ah, so ein Affe. Ja, okay. Oh, jetzt geht's den Affe an den Kragen. Ja, hä, hä. Nein, ich will das nicht, weil sonst verschwindet unser Baller-Dingster. Und der letzte. Was zum? Achso, wir müssen noch verschwinden. Wenn man es geht durch, kriegt man einen größeren. Okay, friends. Oh, Mann. Okay, das ist das letzte für diesen Part. Ah! Jetzt ist es aber schneller. Nein! Ah! Gut. Ja, immer ruhig bleiben. Immer. Ruhig bleiben! Wah! Tut 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 tut. Was war das passiert nochmal? Upp, up. Das seh ich ja dann später, wenn ich mir das nochmal anschaue. Ne, Zukunftskevin, der das gleich sehen wird nach diesem Part, ne, oder ihr bezüglich. Ich rede hier aus der Vergangenheit. Vergangenheit, ich komme aus der Vergangenheit und rede mit euch. Dieses Spiel wurde aufgenommen am 17.09.2011 um 18.45 Uhr. Ja, egal, ist hier nur einer. Komm schon. Ach ja, diese Platte hier, die muss von oben getroffen werden, damit sie verschwindet. Finde ich meines Erachtens ziemlich nervig. Yeah, Double. Nein, so knapp. Okay, jetzt haben wir noch diesen einen. Komm schon. Das ist da weg. Das ist das Schwierigste. Nein. Kein Speedball. Oh, Hilde. Das sind auch diese... Diese Zeile, da kann ich es nicht irgendwie abschießen. Bam. Bam. Ach, komm. Okay, immer ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ich muss den Ball beruhigen. Nein, muss nicht. Okay, das war's für diesen Bart. M, B. Das ist Level. 8, okay. Dann sehen wir uns im M8 weiter bei diesem Minispiel. Ciao.